Willkommen bei Stern TV, Sandra Portof, die Mama ist auch bei uns. Schön, dass wir uns mal wiedersehen, nach elf Jahren. Lange Zeit. Ihr könnt euch dunkel erinnern vielleicht. Ja, ja. Ich habe euch auch anders in Erinnerung, muss ich sagen. Kleine Stöpsel. Und damals hat, weiß ich noch, hat euer Papa mir erzählt, wenn er einem von euch eine Standpauke hält, sind sofort die anderen beiden da und nehmen denen in Schutz und fangen an zu argumentieren. Also, irrer Zusammenhalt. Wie würdet ihr jetzt heute das Gefühl zueinander beschreiben? Ist das immer noch so da? Also, das Gefühl ist auf jeden Fall immer noch da, auf jeden Fall. Also, jeder für jeden so? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich stimme auch zu. Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich was sehr Besonderes bei Drillingen. Ich frage mich, ist denn da wenigstens mal beim Tennis ein bisschen Konkurrenz? Damals, vor elf Jahren, war Felix der Einzige, der schon Pokale gewonnen hatte. Bezirksmeister. Erinnerst du dich gar nicht, ne? Ne, so wirklich nicht. Ne, aber ist da sowas wie Konkurrenz da? Würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Wer ist der Beste von euch drei? Boah, das ist immer unterschiedlich. Also, auf jeden Fall haben Felix und ich uns öfter im Finale getroffen, als Mats jetzt zum Beispiel. Da war auch ganz so, sag ich mal, die Stimmung im Keller. Aber nur bei Mats war die Stimmung im Keller. Ne, weil, ja, kommt drauf an, wer dann am Ende gewonnen hat, zwischen Felix und... Nach dem Spiel hat der ein oder andere auch die Träne vergossen. Ja. Aber es war doch noch schön, ja gut. Also, ich stelle mit Genugtuung fest, man kann euch inzwischen besser auseinanderhalten. Damals, 2012, hatte ich mir einen Trick von eurer Grundschullehrerin abgeguckt. Wisst ihr noch welchen? Ja, mit der Mutter malen. Ja, die hatte damals einen Spickzettel, den ich mir auch gemacht hatte, angefertigt. So sah der aus. So, Louis hat einen Leberfleck über dem Auge, Mats zwei neben den Ohren und Felix hat keine sichtbaren Leberflecke. Jetzt muss ich, sind die noch da? Weiß ich, hier oben. Ja, hier, hier ist einer. Ja, der ist noch da. Und Mats? Ich weiß gar nicht. Da sind zwei am Ohr. Ja. Sensationell, funktioniert noch immer. Gut, wenn Sie mal durcheinander kommen... Ja, danke. Ich gebe Ihnen das mal mit, wenn Sie nicht wissen, wem Sie gerade den Einlauf verpassen müssen. Ansonsten sind Sie ja in einer Hinsicht auch gar nicht zu beneiden, denn die Jungs haben am 27.12. Geburtstag. Das heißt, seit 18 Jahren, innerhalb von vier Tagen, zweimal Bescherung für drei Jungs... Das stimmt. Kann man das über so lange Zeit aushalten, ohne dass der Gerichtsvollzieher kommt und sagt, Kohle ist alle? Es muss ja gehen, ja. Aber wie haben Sie das hingekriegt, mit welchen Tricks? Das ist ja irre. Also wir haben schon... In einer Woche sechsmal Geschenke. Ja, also wir haben schon geguckt, dass zumindest der 26.12. so ein Tag war, wo dann Pause ist. Wir haben das schon so ein bisschen getimt, weil die Jungs ja auch wissen sollten, ich habe jetzt Geburtstag und es ist nicht jetzt der vierte Tag Weihnachten. Also wir haben versucht, das so ein bisschen zu steuern. Und ich denke, das hat auch ganz gut funktioniert. Wichtig war uns immer, dass dann auch die Geburtstagsgeschenke nicht in Weihnachtspapier eingepackt worden sind, dass man da so einen Unterschied hatte. Ich kenne das. Ich fühle euch. Ich bin auch Dezember geboren. Und dann ständig Weihnachtsmänner auf dem Geburtstagskapier. Das ist fürchterlich. Das ist schwierig, ja. Damals, 2012, haben Sie versucht, die so ein bisschen zu charakterisieren und sagten, Felix ist der Clown zu Hause, Mats erzählt gern und Louis will oft mit dem Kopf durch die Wand. Ist das heute immer noch so? Also bei Felix und Mats würde ich da noch zustimmen. Bei Louis würde ich das jetzt revidieren. Louis ist zwar sehr ruhig, ja, aber er ist, wenn er was sagt, ist das auch fundiert. Also er macht sich dann eher Gedanken, bevor er was sagt. Ist jetzt mein Eindruck. Du hattest das zwar in der Mats ein bisschen anders gesagt im Film, aber ich finde, es ist sehr aussagekräftig, wenn er dann was sagt. Also denkt dann lieber etwas länger drüber nach. Ehrlich, Sie wirken alle drei wie wahnsinnig aufgeräumte, verlässliche Typen. Aufgeräumt ist gut. Ja, ich wollte aufgeräumt. Trotzdem ist natürlich mit drei Männern plus Ihrem Lebensgefährten, also es sind vier Männerhaushalt, Ihr Mann, ja genau, da muss man schon organisiert sein, um so ein bisschen in Ordnung zu halten. Sie haben einen Putzplan eingeführt, ne? Das stimmt. Es ging nicht anders. Ich will mal kurz testen, ob die Jungs den verinnerlicht haben. Welche Farbe habt ihr im Putzplan? Was ist deine Farbe? Pink. Louis hat pink, stimmt. Ich hab blau. Ja, Mats hat blau und? Ich glaube grün. Aha. Stimmt's? Ja. Ja. Nächste Fangfrage, dann mach ich mal hier gleich weiter, ich entdecke erste Schwachpunkte. Was heißt im Putzplan B, was heißt S, was heißt W und was heißt BU? Oh, jetzt wird's schwierig. S ist, also was hast du zu tun, wenn da ein grüner Punkt ist mit S? Saugen. Saugen ist richtig. Was hast du zu tun, wenn da ein B steht? Äh, oh, da kracht's schon. Keine Ahnung. Kann das sein, dass Felix die Schwachstelle ist in diesem Putzsystem? Richtig, das haben Sie gut erkannt, ja. B heißt Bart putzen. Wisch? Ja. B, 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 U heißt Bart unten putzen. Okay. Und W? Waschen. Waschen. Wie richtig. Wischen, wischen. Einfach, das ist aber, das sollte man eh ab und zu wirklich mal erleben. Wischen. Wischen, wischen heißt, okay. Also ihr bringt ihm das noch bei, ne? Dass die ganze Arbeit an euch hängen bleibt. Diese Geschichte mit dem ewigen Zusammenhalt, auch mit dieser Symbiose, ist ja fast so ein Klischee. Also, wobei ich das bei Zwillingen auch oft beobachte, gibt es tatsächlich viele eineiige Zwillinge, die wirklich so gemeinsam fast symbiotisch durchs Leben gehen. Wird sich das bei euch jetzt so im Erwachsenenleben verlieren? Was meint ihr, wenn ihr an die nächsten Jahre geht? Werdet ihr euch so langsam auseinanderleben oder bleibt diese Nähe? Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich mit Luis und Felix nicht zusammenwohnen möchte. Ah. Ja, allein wegen diesem Putzplan, was wir gerade an dem Fels gesehen haben, weiß ich natürlich, dass alles an mir hängen bleibt. Darauf habe ich einfach keine Lust. Okay. Also so erste Absatzbewegungen jetzt aus dem Drillingsbund. Wie empfindet ihr das? Glaubt ihr, das wird sich so auseinanderentwickeln? Also eigentlich könnte ich so mit Felix auch nicht zusammen. Ich nehme aber mit Mats dann schon eher, sage ich mal. Aber Felix, du hast kein Problem mit den anderen beiden, oder? Nö, ich kann mit denen zusammenwohnen. Weil die immer so fleißig putzen, ne? Ja. Ja, wie ist das mit Beziehungen? Gibt es in eurem Dreiergespann jetzt schon überhaupt den Platz, dass da auf einmal jemand reinkommt von außen und die ganze Aufmerksamkeit abzieht? Wie sieht das aus? Wie wird die Aussage auch verweigern? Nö, also bei mir habe ich gerade zur Zeit eine Freundin. Und kann die gut damit auskommen, dass zu Hause noch zwei von ähnlichem Schlage sitzen? Ja, das denke ich schon, das kriegt sie hin. Sehr gut. Sind Sie schon bereit dafür, dass die Jungs sich irgendwelchen fremden Frauen an den Hals werfen? Ist ja für eine Mutter auch immer schwierig, ne? Ja, aber das gehört ja dazu und bei uns ist auch jeder willkommen. Also Louis' Freundin ist auch sehr nett und wir kommen gut zurecht. Ich habe sie gerne da, ich denke, sie ist auch gerne bei uns. Und von daher, das gehört dazu, das ist normal und ich finde das schön, wenn sie bei uns dann auch sind. Also wir werden ein Auge behalten auf dieses Leben, mit Bescheid geben, wenn die Flügge werden. Weil ich weiß, ihr zwei arbeitet schon beim Energieversorger. Mats macht jetzt Abi und will dann? Zur Polizei. Zur Polizei. Dann, oh, viel Erfolg für die dann noch folgenden Aufnahmeprüfungen. Wir werden gucken, was daraus wird. Toll, dass wir uns nach elf Jahren hier heute mal wieder gesehen haben. Und ich bin vor allem sehr dankbar, dass ihr deutlich gesprächiger geworden seid als damals mit sieben. Das war harte, harte Arbeit. Also Mats, Felix und Louis, vielen Dank und Sandra Potthoff auch alles Gute weiterhin. Und Grüße an den Papa, bitte, der gerade krankgeschrieben ist, glaube ich.